Herr Sabine, die Länderspielpause ist vorbei. Jetzt geht es gegen Holstein-Kir, den Tabellendritten, den starken Aufsteiger am Ostersonntag. Was erwarten Sie für ein Spiel? Ja, wie die letzten zwei auch gegen Düsseldorf und gegen Nürnberg, ein Spiel auf Augenhöhe, dass wir unbedingt gewinnen wollen hier zu Hause, um Anschluss zu halten nach oben. Und wenn wir die Leistungen abrufen aus den letzten beiden Spielen, dann denke ich, dass alles möglich ist. Aber wir müssen sehr fokussiert sein. Kiel sehr ein guter Gegner, sehr konstant über die ganze Saison oben dabei. Das beweist, dass die Mannschaft Qualität hat, offensiv sehr gefährlich und wir müssen gut vorbereitet sein. Sollte es nicht klappen, dann müssen die Blicke auch noch nach unten gehen, weil es in dieser Liga nur noch entweder um den Ausstieg oder den Abstieg geht. Es gibt kein Mittelfeld. Wie beurteilen Sie die Situation? Ja, sehr eng alles. Jeder kann Tabellen lesen, jeder weiß, dass alles möglich ist. Aber wir wollen uns nicht zu viel damit befassen, mit der Tabelle. Wir wollen unsere Leistung abrufen, wie in den letzten Wochen. Und dann, wenn wir unsere Punkte holen und zu viel auf die Tabelle schauen, das bringt niemandem was. Das Hinspiel ging knapp verloren in Kiel. 1-2 aus Ihrer Sicht. Wie sind Ihre Erinnerungen an das Spiel? Ja, außer dem Resultat eigentlich nicht so schlecht. Es war ein gutes Spiel. Kiel war sehr effizient, hat aus wenig Chancen Tore gemacht. Bei uns war das nicht der Fall. Wir hatten zwei, drei extrem gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Ja, das Spiel war mehr oder weniger auf Augenhöhe ausgeglichen und die Effizienz war am Schluss entscheidend und da war Kiel besser wie wir. 2-2 Masen von 4-3 Merchungen 4 Julian 1 5